Hallo, herzlich willkommen zurück zu Overcooked 2, zusammen mit Jörn. Let's Play, Zombley und Winter Cracker. Hallo, Milch im Topf. Also Schokolade und Milch brauchen wir ja die ganze Zeit. Ja, Milch und Schokolade, Milch und Schokolade. Weißt du was, ich und Winter Cracker machen die Milch, äh die Schokolade. Vielleicht bin doch oben. Ja eben, du gibst mir die Schokolade runter, ich hack die. Ah, ok warte. Manu ist einfach dumm. Manu ist einfach dumm. WTF? Junge, ich werfe alles hin. Ich darf nur noch Manu weg, die ganze Runde. Warum ist keine Milch auf der mittleren Bahn? Weil da kein Topf ist. Nein, die sollen einfach Milch hinstellen. Ok, ihr könnt's auch reinwerfen. Kann ja auch mit leben. Gerade noch gerettet. Sahne, Zombley, Sahne. Winter Cracker, sprühe mich an. Sprühe mich an. Ich auch. Da musste keine rein, Gott sei Dank. Alles. Was du kackst? Werf mal noch ein paar Marshmallows hier unten nach rechts. Marshmallow. Wollen wir den Marshmallow da weg? Machen wir die Schokolade hier hoch. Schokolade. Schokolade. Leute, Schokolade brauchen wir. Und jetzt noch Sahne drauf. Schokolade brauchen wir. Schokolade brauchen wir. Schokolade. Schokolade, hallo. Warum steht ne Tasse auf dem Schneidebrett? Da. Oh nein. Wie war es so langsam? Es verbrinnt doch mich. Der Kakao verbrennt. Der Kakao verbrennt. Ja, überall Tassen, überall. Ne. Da hinten. Marshmallow rein. Oh Mist. O. Okay, wir machen jetzt 2 Stück noch. Jetzt. Kombo, Breakout. DIIITITITITITITITITIT. Schnell, du Schokolade. Ja, ich kriegste den. Jetzt freu mich hier rein! Hast ihn doch! Möchtest du vor auch noch? Oh. Oh. Oh, wir haben, wir haben bestellen. Oh, komm ey. Oh, Schneemann. Weil ihm will was Falsches reingehen. Danke, Leute. Hier bin ich. Ich? Obwohl, das darf in der Cryer sein. Ja. Und Ado, du musst da rechts. Muss ich da hin? Mach mal den Navi an, Maudado. Mach mal den Navi an. Okay. Bereit? Los. Ja, ich bin bereit. Überall Eier rein. Ey, was war das? Einmal Mehl, einmal Mehl. Hallo? Danke, danke, Leute. Ich hab streiten Mehl drin. Ja, was soll ich jetzt damit tun hier wegwerfen? Ja, das ist überall ein Mehl drin. Hi, jetzt brauchen wir... Ihr müsst euren Top wieder nehmen. Ja, ihr müsst ihn wieder da hin machen. Braucht ihr irgendwas von uns? Ach, den Zucker. Warum sagst du ach so, legst das Ei weg und tust es nicht einfach da rein? Oh, guck mal, tschüss, Leute. Das ist jetzt unser Job. Oh. Oh. Die Maschinen haben uns ersetzt. Das, der muss da noch rein, das untere. Aber nur das. Nicht die Zitrone. Hey doch, die muss die da nicht auch rein? Ne, ne, haben wir hier. Ach so. Hey, aber zweimal gibt's. Ach so. Ach so, tatsächlich. Ach so, das ist schon im Ofen. Hier, nimm. Nimm. Hab ich. Oh nein! Oh, hä? Oh. Ja, wir haben den Job wieder. Wir haben unseren Job behalten, aber... Ja, könnt ihr abgeben, den Kuchen. Ja, und den unteren auch. Oh, wir brauchen Teller. Teller, Teller, Teller. Einen Teller, bitte. Äh, ja. 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 Wir brauchen unsere Mischdinger wieder. Soll ich abgeben? Ach so. Ja, kann ich abgeben, ne? Ja. Warte, nächste. Oh. Ja. Oh nein, jetzt ist der Weg. Da. Hier, hier, putz. Putz. Ja, putz. Ich putz. Ich putz, Manu. Mach das. Äh, so Mehl, Ei, dann brauchen wir noch den... So, Ei ist schon drin. ...Lukerkram drin. Nein, da ist nicht. Da oben ist noch ne Dings. Ja. Erstmal ein Teller. Da oben ist noch ne Dings. Ne Schüssel. Ne Schüssel. Ach so. Muss die in die Mixerei machen, sonst seid ihr nicht effizient. Ja, die können wir jetzt... Gib, gib, gib. Gib doch ab. Erstmal nach unten stellen. Erstmal nach unten, war das einzige Enttäuschung. Und jetzt das hier. Abgeben. Okay. Hab ich, äh. Warum ist hier denn noch nichts an? Äh. Die Schalen kriegen wir die wieder? Da unten muss... Genau. Oh, das muss ich überlegen. Hier. Komm schon mal da. Ja. Vielen Dank. Hier, noch die andere. Hier noch ein Ei rein. Und den Teller! Alter Manu. Die andere. Noch Mehl. Äh, ich hab grad die Übersicht verloren. Hier. Ich mach grad das erste. Ein Ei. Okay, wir brauchen dreimal von dem, was der Maeda macht. Noch ein Ei. Jetzt brauch ich nochmal Zucker. Genau. Hier. Offen. Und nochmal das. Und mach das noch in den Mixer. Ja. Ne, die brauchen... Die brauchen ja das nächste. Oh Gott ey, das wird so knapp. Gebt mir das direkt oben. Direkt oben geben. Wir brauchen dreimal die hier. Also, da muss man irgendwo... Ach du hast einen Teller. Oh nein. Warum hast du denn einen Teller? Wir haben noch Zeit. Ganz ruhig. Die beiden hier unten hin, Manu. Das hier? Nein, das kommt in den Ofen. Gibt's her! In den Ofen. Gibt's her! Was soll das denn? Oben ist eine Schale, die ihr in den Mixer reinmachen könnt. Ah. Da muss auch noch dieses... Nein, nein! Oh Gott. Nimm das Ei. Ne, ich rette einfach erstmal das. Okay. Oh nein. Eine Sekunde zu spät. Äh, okay. Bei euch kommen wieder Schalen. Ihr kriegt erstmal wieder Schalen. Ihr könnt putzen. Und da kommt jetzt Orange rein. Ein Mehl. Mehl. Orange. Ei. Und das hier. Und das untere müsst ihr mir geben. Genau. Gut gemacht. Ja, das müsst ihr auch da rein. Ja, ja, ja. Da bin ich ja auch. Da noch ein Mehl. Noch ein Mehl. Ja, das rechte brauchst du gar nicht weitermachen. Was ist denn das für eine Einstellung? Ich hoffe, du willst uns dann das da. Hier, abgeben. Oh, ja. Kann mal irgendwer was wegnehmen, danke. Da. Oh, das wird ein Tier. Oh nein. Ja. Nimm du den. Warte, lass mal die hier. Putz, 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 putz. Immer muss putzen. Das schaffen wir, das schaffen wir. Okay. Wenn nicht, ist Wintercracker schuld. Fuck. Okay, mach schnell. Ja. Wintercracker war nicht schuld. Wintercracker ist der Beste. Oh nein. Ah doch. Wir haben es, oder? Ja. Lol. Ein Punkt drüber. Wir haben es geschafft. Kann man dem Spiel zahlen. Ja, wir sind ultra. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Du mal an den Kevin ran. Mhm. Und mach den 300% schneller. Okay. Nein, mach einen Fortnite-Dance daneben. Ich schick dir den. Nee, Fortnite ist nicht cool. Aber Minecraft-Fortnite-Dance. Oh. Es ist Zeit Weihnachten. Oh, Leute. Wir haben es geschafft. Weihnachten, Weihnachten. Wurde der Typ nicht mehr bezahlt, der dem Zwiebelmann einfach Dialoge gegeben hat. Er stand nur auf der Stelle und hat nicht gesagt. Naja, man muss sagen, es ist umsonst das DLC. Macht es sich besser. Weihnachtsstimmung ist kaputt, wenn der Zwiebelmann nicht mit mir redet. Äh, hier, guck mal, Leute. Mehl. Der Schlitten fährt nicht. Oh, guck mal. Was ist das für eine komische Schiene? Gib mir Mehl. Wahrscheinlich fahren die von alleine durch die Gegend. Hallo, kann ich mir mehr Mehl geben. Ich schneide das hier. Mehl. 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 Hierüber steht da auf K. Hierüber steht da auf K. Mehl. Ich steh da rum. Da guckt sich alles an. Jetzt haben wir observiert. Okay, ich geh auf K. Mehl. Und den Zucker. Und Zucker brauchen wir noch. Also Spezialzucker. Nein, Hilfe, der Wind, der Wind. Das himmlische Kind. Ich kümmere mich um die Schokowaffeln. Mehl und Ei. Fischung muss in Pfanne. Dann. Ich geb ab jetzt, Leute. Ich geb ab. Oh nein. Guck mal, da drüben. Da drüben sind Menschen. Das sind Menschen. Mehl-Ei-Mischung brauchen wir. Können wir die umbringen? Okay, und als nächstes Mehl und Ei. Alter, Mehl und Ei ist ja einfach. So, ich geb ab. Ich geb ab. Ich hol die Schade. Ich geb ab. Oh nein. Oh Gott. Warte, ich hol das Ei mit. Ähm. Das dauert nämlich gleich. Ey, ey, ey. Okay, jetzt sei es. Ich hol Mehl. Du hättest jetzt wahrscheinlich eh in den Ofen getan oder so. Scheiß. Ja, die auch. Wir brauchen gar kein Mehl. Wir brauchen eine Orange mit der Kräger. Wenn du grad Zeit hast, schneid eine Orange. Okay. Schokowaffeln. Leckere Schokowaffeln. Wer will leckere Schokowaffeln? Wo kommen die Teller sauber oder dreckig zurück? Orange was du... Die kommen dreckig zurück. Aber ich bin halt ein sehr fleißiger Typ. Ja, das stimmt. Okay. Wer holt schon jemand die Schokowaffeln? Das sind keine Schokowaffeln. Das sind Vanillewaffeln. Mach schon mal eine Schokolade. War Vanille Maudade oder hast du keine Vanille drin? Nee, da war keine Vanille drin. Aber man kann es dir einfach sagen, weil Vanille kennt man ja nicht. Ja, Leute, Mehl. War ein großer Marketing-Prank. Ja, Mehl. Und ein Ei. Nicht schlecht. Hast du schon selber geholt. Verstehe. Guck mal. Ich sag mal laut, was ich mache. Ich mach mal eine Schop. Äh, ich bereite schon mal wieder meine Schokowaffeln vor. Okay, dann bereite ich es danach vor. Das muss in den... Hier, das muss da sein scheinbar. Uh, Wind. Äh, was braucht Schokowaffeln? Ei. Und ein Mehl. Ich brauche einen Teller. Ich brauche einen Teller. Nein, ich meine bei der Schokolade drin. Aber gut, kannst du auch bei den anderen dazu machen. Ist auch richtig. So. Ich mache einen Teller. Ich mache einen Teller. Zack. So, ich mache die Schokowaffeln. Das ist das einzige, was mir wichtig ist. Du kannst da unten Mehl, da kannst du... Süßkram steht daneben. Kannste reingucken. Ne, 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 ne. Wir brauchen doch noch... Oder? Das war richtig. Das war richtig. Sorry. Sorry, dass ich kurz ausgerastet bin. Ne, 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 ne. Warte, ich habe einen Teller. Ich habe einen Teller. Lass mich. Okay. Wir sind richtig organisiert, Leute. Ist das... Das Wunder von Weihnachten? Ja, das ist es. Ein Weihnachten. So rum war es. Zum ersten Mal arbeiten wir zusammen auf 50 Level. Das Wunder von Weihnachten. Wo sind die ganzen Teller? Ach, da unten bei dem Mixer stehen die. Danke. Kein Problem. Braucht einen Teller. Ach, da hat schon jemand einen Teller. Ja. Das sind meine Schokowaffeln. Nein. Was passiert hier? Das schreibt mich an. Kein Problem. Ja, putz mal den Teller. Putz doch. Wir haben doch 10 saubere Teller. Ne, in die Pfanne. In die Pfanne. Wie in die vor Augen. Ja, ne, in die Pfanne. Ja, es geht doch. Lol. Was, warum geht das? Bisschen angebacken. Ja. Ach das. Ganz abgeben. Gibt es noch ab. 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 Schnell, 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 schnell. Wenn ich es nicht schaffe, ist Wintercracker schuld. Wenn ich es nicht schaffe, ist Wintercracker schuld. WTF? Nein, ich bin schuld. Wintercracker schuld. Und? Haben wir Weihnachten gerettet? Ja, aber, alter. Könnte Kev einmal sagen, ihr habt Weihnachten gerettet? Geino-Nachten? Kev nicht Geil-O-Matur sagen? Ja, Kev. Ihr habt Geino-Nachten gerettet? Wuff. Ja, moin Geino. Oh, danke Kev. Oh, komm, komm, drück mal Allah. Ich will gucken, ob da irgendwas passiert. Nö. Nö. Ender. Jetzt so ein Ende in der Mitte. Oh, da. New Game Plus. Was? Ja. Jetzt können wir noch nicht mehr verdienen in den Leveln. Viel dafür zu sehen, Leute. Schaut bei den anderen vorbei. Ein paar über die Level. Ich will wissen, ob wir irgendwo schon die Punkte hatten. Oh. Nein. Nee. Alter! 2000, ja natürlich. Hatten wir noch irgendwo drei Sterne? Ja, hier, warte. Ja, bei vier. Beim Finalen auch, oder? Ja, alles klar. Nö. Viel dafür zu sehen, schaut bei den anderen vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Tschau. Tschüssi. 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 Tschüssi.